Wer muss denn jetzt zur Hölle saugen? Das gibt's ja nicht! Hört ihr das? Irgendwie fängt ihr gerade an zu saugen mit einem Mega-Stopsacker. Ja, egal. Liebe Leute, wir fangen jetzt an. Und zwar Daily Vlog heute wieder mal. Oh, Gott sei Dank. Das ist ja jetzt dann die zweite Woche. Wir haben die zweite Woche geschafft. Von 52. Also 50 stehen noch bevor. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Sehr, sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen dazu, ich hatte jetzt oft Situationen, wo ich gedacht habe, so jetzt, nee, oh, keine Zeit. Das ist schon ein bisschen so, wo man sich denkt, scheiße, wieso habe ich das überhaupt gemacht? Es macht Spaß. Auf jeden Fall so ist es nicht. Aber ich habe eigentlich gerne Spaß ohne Zeitdruck. Also sprich, ohne dass ich irgendwie mir sagen muss, ich muss das jetzt machen. Sondern dass ich wirklich einfach sagen kann, so, ich habe jetzt Lust, das zu machen. Und das ist immer ziemlich schwierig. Ich mache das gerne auf jeden Fall. Und ich werde das auch weiterhin machen. Aber ich merke schon manchmal so, wo mein Körper sagt, ne, ich mag jetzt nicht. Ich habe keine Lust. Aber ich sage dann, ich muss aber. Und dann mache ich das auch. So ist das nicht. Und ich freue mich auch immer, wenn ich das dann mache. Aber ich merke schon, so ein bisschen Daily Vlog ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Und ja, genau. Deswegen heute wieder Daily Vlog. Und wir fangen jetzt auch an mit einem lustigen Video. Und ich bin schon gespannt, was uns erwarten wird. Ja, liebe Leute. Wieder bei Funny YouTube. Und ich freue mich schon. Wir sind schon immer noch Oh nein. Wo ist das da drin? Oh, das kann noch gehen. Hinten ganz gechillt und von... Höh! Uff! Oh, ich weiß ja noch, dass das sein Fuß ist. Ja, sehr bequem heute. Ja, davon kenne ich viele Hunde, die das machen. Und ich frage mich immer, warum. Ha! Ja, ganz. Oh. Süß. Komm dir ran, mach weiter. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, die Arme. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Höh. Oh nein. Uff. Hmmmm. Perfekt für'n Hund. Pizza. Oh, das ist Parodie... Ne, das ist kein Hundefutter, oder? Oder Katzenfutter. Sondern so'n, so'n, so'n... Oder? Es könnte auch Futter gewesen sein. Paradies, ne? das ist und wir haben sie sich oder sie lieben sich ich will es kann wie tun ich könnte schon ganz schön zubeißen weihnachten ja okay also so okay gut aber das passt so perfekt ein ganz hübscher waschbären sind nicht ohne was weiß ich auch sie können richtig krass aggressiv werden was macht er schläft er so okay eingeschlafen beim lernen es schnarcht und es träumt ich glaube es tanzt ich hoffe er genießt dieses leben aber er hat auch was an ja als wir haben diesen hund wie menschen und sollte sich menschen schaffen die katze mag wohl die gurke unsere runde mögen auch gucken und salat und so ne also so gucken unsere hunde auch wenn wir kochen oh mein gott jahres vorrat für den kleinen hund schnell ein fisch geklaut und er will ihn jetzt draufladen und wo ist der fisch nicht schlecht gut sind zwei punkte ist halt ein bisschen kleiner oh das ist eine Sirene Feuerwehr oder so das ist aber okay blöd weg ist er das tut ja weh ach du Scheiße in die Ohren meine Fresse ach du hier ist ein Loch und nochmal komm weil es so schön war nochmal der Fensterputzer was passiert jetzt okay du spielst scheiße ja so was gibt es ganz viel Tiere die aussehen die Blätter oder so hey das hat er doch schon in einem anderen Video gezeigt dass der Hase dann still hält mein Gott was ist das ist das Supz im Eimer mit Wasser und trinkt was im Wasserhahn. O ha? ' Was denken sich beide? Gefährliches Leben, auf jeden Fall. Ja gut. Wechselt. Ja, Wahnsinn. Was werden die ihm gezeigt? Oh, so cute. Aber haben wir das nicht auch schon gesehen? Hm. Die hat ihre aktiven Tage gehabt, glaube ich. Und? Da rauszukommen ist jetzt erblieb, ne? Äh, was ist das? Oh, das ist also diese Badewanne für Pferde. Wirklich sehr schön. Hat jemand Weihnachten? Ich glaube, aber das war alles nicht für ihn. Ja, nice. Ja, süß. Auf jeden Fall gute Videos. Hat mir sehr gut gefallen. Nicht vergessen, Leute, wenn ihr auch so coole Videos kennt oder witzige Videos, die man unbedingt mal gesehen haben sollte, sollten nicht länger als 10 Minuten, am besten sogar nur 3, 4 Minuten sein. Dann schickt es mir ein. Entweder als Kommentar oder unter xawoc.de eine E-Mail schicken mit dem Link zu dem Video. Würde ich mich freuen. Dann stellen wir uns das mal an. Und, äh, ja, genau. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's euch gefahren. Bis zum nächsten Vlog. Ciao, ciao. Bunker, bunker.